Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review, diesmal zum Anime Mayumao Yusha. Ein Anime, der komplett ohne Namen auskommt. Ob das wirklich gut ist, das erfahrt ihr hier. Die Geschichte beginnt, wie sonst eine Geschichte enden würde. Der Held hat sich durch Massen von Dämonen gekämpft und das Schloss des Dämonenkönigs erreicht und will diesen töten, um den langwährenden Krieg zu beenden. Doch im Schloss angekommen, findet der Held nur ein gutaussehendes Mädchen, welches sich als die Dämonenkönigin herausstellt und sie überzeugt ihn, dass das Ende des Krieges sowohl für die Menschen als auch die Dämonen negative Auswirkungen hätte, die schlimmer als das Ende des Krieges wären. Somit kämpfen sie fortan gemeinsam für eine bessere Zukunft, bis die Welt bereit ist für ein Ende des Krieges. Der interessanteste Part dieser Geschichte ist das Zusammenspiel zwischen der Dämonenkönigin und dem Helden. Dadurch kommt es zu allerhand witziger und romantischer Sequenzen, die mich gut unterhalten haben. Doch ist das nicht das Hauptaugenmerk des Animes, denn er legt großen Wert auf die politischen und wirtschaftlichen Aspekte und zeigt in einer leicht abgewandelten Art, wie wir uns vom Mittelalter in die Neuzeit entwickelt haben. Dabei bekommen wir den Fortschritt der Kartoffel oder die Vierjahresbewirtschaftung zu sehen und immer beginnt die Innovation mit der Dämonenkönigin. Teilweise hatte ich das Gefühl, der Anime verfolgt einen unterschwelligen Bildungsauftrag, Kämpfe oder Action gibt es in diesem Anime so gut wie gar nicht und bis kurz vor Ende wird immer nur über den Kampf geredet, doch man bekommt ihn nie zu sehen. Dass der Anime keine Namen verwendet, ist anfangs noch sehr ungewohnt, doch da jeder Charakter mit seiner Tätigkeit angesprochen wird, kommt es der Übersicht klar zugute, denn der Anime spielt an vielen Orten und mit vielen Charakteren und da kann man schnell mal den Überblick verlieren. Ich finde, der Anime hat seine Stärken ganz klar verspielt. Die Dämonenkönigin fand ich eine tolle Charakterin und sie harmonierte super mit dem Helden, doch dieses Verhältnis wird nicht weiter ausgebaut. Auch die Tatsache, dass in dieser Welt Dämonen existieren, wird nicht ausgearbeitet und lange weiß man gar nicht, wie die Dämonen überhaupt aussehen. Die wirtschaftlichen Aspekte hingegen sind schön in den Anime eingefügt, wirken für mich auf den Unterhaltungsfaktor aber eher negativ. Und wenn man den Anime herzieht, um jemandem beispielsweise geldpolitische Zusammenhänge zu erklären, geht der Anime doch nicht genug ins Detail und die Fantasy-Elemente sind dafür doch noch zu groß. Dafür bekommt der Anime von mir 72 von 100 Punkten. Jeder, der mal ein Anime mit starken wirtschaftlichen Aspekten schauen möchte, sollte hier mal vorbeischauen, alle anderen könnten sich bei diesem Anime etwas langweilen. Und damit Tschüss und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017